Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist das Reiter, wir sind in Folge Nummer 36 von Shapes.io. Wir haben ja letztes Mal dieses Teil hier fertig gebaut, das fließt da wunderbar rein. Wir müssen gucken, welches wir als nächstes bauen, da wird hier nichts mehr sein, sondern wir müssen jetzt von den Upgrades was machen. Stufe 1 ist, hier Nummer 1 ist auf Stufe 6, wir haben 5, wir haben 4, wir haben 5, das heißt wir müssen hier eigentlich weitermachen. Da läuft aber schon was rein, die Windmilieu hier unten ist jetzt sozusagen die vorherige, müsste man noch da beihaben. Aber im Endeffekt müssten wir eine zweite Linie machen bei Stufe 4, damit es da weitergeht. Also hier von dem Stufe 4, 1, 2, 3, in der dritten Reihe, keine Ahnung, müssten wir Stufe 4 mal optimieren. Ich denke, das machen wir in dieser Folge. Ich würde sagen, nach dem Intro fangen wir da an. Bis gleich. So, dann müssen wir mal gucken, wo kommen sie denn weg, die Dinger. Hier rechts irgendwo sind sie. Oh, ich habe schon wieder irgendwas gedrückt. Ich hoffe, es ist nichts kaputt gegangen. Wo kommen diese Teile weg? Hier kommen sie weg, sind auch viel zu wenige unterwegs, wie man sieht. Kommen von hier oben irgendwo, sind hier unterwegs. Hier ist die Zulieferung der grünen Teile. Der grünen Sterne ist schwach. Hier geht es nicht voran. Hier ist auch was unterbrochen. Okay. Die kommen von da. Was ist denn hier falsch gelaufen? Hier fehlt es überhaupt. Hier ist irgendwas kaputt, oder? Oh oh. Hier kommen die Sternchen rein. Werden da rot gemacht? Ne, sind die das überhaupt? Also hier sind die rot-weißen schon mal richtig da. Uns fehlen die anderen hier. Da kommen zu wenig hier an. Hier hapert es, würde ich sagen. Sterne kommen hier abgefrühstückt, aber auch viel zu wenig. Lass mal hier erst mal schon alleine das hier machen. Dass da die Frequenz gesteigert wird, oder? Oder? Extractor-Kette. Oh oh. Also jetzt kommen da zwar mehrere, ach hier sind, hier ist jetzt nur einer. Oh oh. Die werden noch zu vierer Gruppen gemacht, wow. Warte, das heißt noch mal das Ganze hier. Und drehen, bis der so ist. Aber da kommt immer nur noch einer raus. Mach mal weg hier, alle weg. So, jetzt noch mal das Ganze so rum. Jetzt können wir den noch mal umdrehen, oder? Ja. Das wäre nicht mehr. Ist der hier auch noch falsch, wahrscheinlich, oder? Ah. So sieht es doch besser aus. Das heißt, dieser, dieser sind auch alle schlecht. So, jetzt kommt ein dauerhaftes Band da rein. Dann können wir die alle weg machen. Machen da das Band so, und dann passt das schon. Und jetzt laufen sie auch da rein. Aber hier ist ein bisschen schlecht. Ich glaube, wir nehmen das da auch nochmal raus. Machen das so. Und das machen wir so. Dann ist das schon mal mehr. Aber das ist ja auch zu klein, ne? Eine Färbemaschine hier nur. Da ist unser Problem zu suchen, ne? Aber wie kriege ich hier eine größere Färbemaschine hin? Hier. Ja. Wir sind hier bei Temp 1. Das ist schon mal gut. Gehen wir zur Blaupause. Da brauchen wir eine Färbemaschine, die hier rechts ist. Verdammt groß, ne? Aber ist halt so. Markieren, Steuerung und dann. So, bis dahin. Gesteuert, dann Temp 1 aufgerufen. Oh, die kriegst du hier nirgendwo hin, die Maschine. Hier wird sie hingehen. Also mal sehen, die läuft so rum. Das heißt, rotieren sie mal schon mal gleich. Und baue sie einfach dahin, egal. Temp 1 ist hier. Hol die ab da. Die Sternchen-Tunnel ist hier. Okay, die Maschine läuft natürlich jetzt so rum. Ach, da kommen sie wieder. Auch gut. Wir müssen hier unten die Sternchen reinmachen und da muss das Grün rein. Das weg. Das so, dann kommt das Grün da rein, ja. Da ist Grün auch. Holen wir uns das Grün doch von da, oder? Kriegen wir den größeren Tunnel hier unter der ganzen Maschine drunter her. Ja, sehr gut. So, dann da, welche weggeholt. Ich drehe das Ganze. Hier unten ist zu wenig drin, wie wir sehen. Wie ist denn das gebaut? Das ist ja, obwohl, eigentlich ist es schon fast egal da. So, jetzt laufen die Grün in die Maschine rein, richtig? Sehr gut. Jetzt brauchen wir die Sternchen von da unten noch. Fließband kommt von hier und geht da rüber. Geht da hoch. Geht da hoch. Geht da hoch, da. Ne, da schlecht lang. Kriegen wir das da oben so gebogen hin? Ich glaube, ja, ne? Ne, das war falsch. Nochmal Tunnel, den einfachen. Und den aber nach oben. So geht's. Und dann geht's so. Und jetzt werden da Grüne gefärbt, richtig? Ja, sehr gut. Tunnel wieder. Und diesmal aber andersrum. Dann kommen die nach unten. Förderband nach da. Und Tunnel bauen. Passt. Von da nach da. Tunnel drehen. Von da nach da. Passt. Förderbänder dran. Fertig ist die Dingens. Sag schon. Kannst du alles hier wegreißen. Ist alles Pipifaxe da. So, das haben wir richtig. Und das kann alles hier abgerissen werden. Glaube ich. Also das auf jeden Fall hier. Da wurde irgendwas Grünes mal gebaut. Stellt sich noch die Frage. Das geht jetzt nach hier und hier. Welche Teile waren das denn? Da wurden auch so Sternchen gebaut. Und da. Ich glaube die sind ausgelagert worden von da oben. Oh. Ich habe keinen blassen Schimmer, was das für Teile waren. Die wurden hier zusammen gebastelt. Die hatten hier eine Farbe. Und waren das vielleicht Sternchen dann? Ne, oder? Auf jeden Fall werden die jetzt nicht mehr produziert. Und dieses Klein-Klein war sowieso hier verkehrt, oder? Sieht so aus, als ob die von da oben mal kamen. Viertel-Kreis. Ach. Sind das diese gewesen? Ich weiß es nicht. Reiß ab, weil es hat keinen Sinn, das hier zu lassen, weil wir den Zusammenhang nicht mehr hinkriegen. Kann man das auch anders löschen. Wir löschen nur rechte Maustaste. Verletzte Blaupause. Bereich markieren. Steuerung. Wenn ich dann Löschen mache, Rechtsklick, ist das alles weg? Ne. Kann ich dann Entfernen drücken? Ja. Das heißt, das kann auch weg. Keine Ahnung, das macht auch alles weg hier. Also wir können mit Steuerung arbeiten und das weg machen. So. So, dann ist das auch weg. Die kamen hier her. Ich weiß es nicht. Vielleicht müsste man eine alte Folge gucken, dann könnte man das rausfinden, was das gewesen ist. Vielleicht hätte ich sie auch gerade hier noch sitzen lassen können. Aber jetzt ist es sowieso zu spät. Jetzt kommt alles weg. Fertig. Machen wir kein Gewesen mehr drum. Weinen wir nicht mehr hinterher, oder? Lass das mal da noch so stehen. Weil das ist vielleicht nur, dass die Farbe können wir vielleicht noch gebrauchen. Jetzt ist das alles weg hier. Gut, jetzt müssen wir mal gucken. Wir hatten jetzt hier eine neue Produktion angestoßen, die wo endet? Die hier endet. Diese Maschine ist jetzt voller von den grünen Sternen her. Und jetzt fehlen die anderen natürlich. Die hier so quer durch sind. Die rotgefärbten fehlen uns hier. Die weißen kommen genug an, aber die roten sind zu wenig. Die roten haben hier eine Maschine, die schon groß ist. Da fehlt es an Farbe. Die Farbe kommt von hier. Sieht auch hier ganz doof aus. Das machen wir nochmal so. Und setzen den nochmal so hin. Und die können wir wegreißen. Hier ist Förderband einfach geradeaus und alles ist gut. So, Farbe rot läuft jetzt wieder. Kommt ein volles Band an. Fast voll, aber hier ist auch nicht mehr drin. Aber das ist jetzt auf jeden Fall am Laufen, das rote Band. Dadurch sind diese Viertel auch viel besser am Laufen. Hier sieht man irgendwie den Kreis, den vollrunden Kreis da schattiert. Ich habe keine Ahnung. Das war früher nicht so. Ist vielleicht mit einem Update gekommen oder so. Weiß nicht. Geht das jetzt hier voran? Ich glaube schon, oder? Ich denke, die Zahl hier unten wächst. Das Band hier oben ist schon auch relativ voll. Hier werden sie gedreht. Hier werden sie dann zusammengebaut. Hier kommen jetzt mehr auf jeden Fall raus. Die kommen hier hin. Und hier werden sie übereinander getanzt zu den Rot-Weißen. Die Rot-Weißen kommen jetzt hier an und sind ein paar mehr. Hier sehe ich immer mal einen durchflitzen. Aber der ist so putz weg. Die ersten stauen sich hier auf in den ersten zwei, drei Kanälen. Aber der vierte ist kein gestauter. Das heißt, eigentlich müssten mehr Rot-Weiße Kreise hier kommen. Hier ist definitiv... Hier fehlen die Roten noch. Es sind noch zu wenig rote Teile da. Die werden hier produziert. Und hier fehlen Viertel also. Das Viertelband muss voller. Die kommen wo weg? Das Band ist aber hier voll. Wird aber hier aufgeteilt. Das ist schon schlecht. Nee, wird gar nicht aufgeteilt, oder? Dieses Teil hier ist vollkommen über. Die werden da gedreht. Hier ist auch über. Ich mach das mal gerade weg. Das sind die, die unten sind. Achso, hier werden die gefärbt, die Viertel unten links. Farbe ist genug da, die Viertel fehlen. Wir müssen mehr von den Vierteln haben. Die kamen jetzt hier weg, irgendwo oben. Dieses Band ist aber voll. Die Kreise werden durchgeschnitten und dann weggeschmissen. Oder wie sehe ich das? Ist ja auch nicht so praktikabel, wenn es Kreise sind, oder? Vielleicht sollten wir das mal ändern hier. Das macht nicht so einen Sinn, meines Erachtens. Was kommt denn hier raus? Kommt ein weiterer Halbkreis raus. Hier kommt schon gar nichts mehr an. Wofür ist der gut, der Tunnel? Gar nicht dann. Uiuiuiui. Wenn ich den jetzt hier mal wegnehme, ne? Und den da rumbauere, ne? Da kriege ich einen Halbkreis, den ich dann nochmal schneiden könnte. Lass mich den mal gerade drehen. Ich will das nur mal ausprobieren. Habe ich hier nicht gerade ein Tardin gesetzt, das jetzt weg ist. Ach gut, oder? Die Schere. Ach, wer weiß, was ich da gerade wieder gebastelt habe. Der kommt wieder ganz raus. Das heißt, ich muss den vorher nochmal drehen. Kommt der dann da richtig raus? Wo ist der Mülleimer? Ich muss mal gerade Mülleimer setzen. Wie kommt der denn da jetzt raus, wenn ich das sehe? Aha. Also der ist richtig und den muss ich jetzt noch einmal zurückdrehen, glaube. Ja, dann sind die beiden passend. Dann tue ich sie zusammenbasteln. Und dann kommen sie hier unten raus. Ist dann unten rechts. Upgrade verfügbar, okay. Wenn ich jetzt hier so ein Teil noch zwischenbaue, dann habe ich sie gesteigert, ne, um dieses Teil hier. Dann kommen ein paar mehr da durch. Das ist das Pipifax eigentlich, ne? Das gleiche ist hier auch nochmal, ne? Auch hier werden zu viele Viertel weggeschmissen in meinen Augen. Das müssen wir anders gestalten. Aber ich sehe schon, die Zeit ist schon zu weit vor. Wir gucken uns das Upgrade hier noch rein. Aha, das ist jetzt hier fertig. Stufe 5 ist jetzt auf Stufe 6. Das heißt, dieses Teil muss gebaut werden. Genau das gleiche haben wir da ja auch schon. Aber wir sind jetzt bei dem hier. Und 9.400 sind da erst. Ja, die laufen jetzt hier alle schön rein. Und zum Hub. Da sind 8.200. Da ist schon eine Menge reingeflitzt jetzt. Aber von den anderen hier sieht man ja auch, wie wenig da reinkommt, ne? Ich glaube, wir müssten auch mal welche anders aufs Band hier legen, oder? Mach das mal gerade. Lass das mal so reinlaufen hier. Und diese hier, die können schon auf das zweite Band laufen, oder? So ist das schon mal besser. Dann gehen auf das Band da unten noch mehr drauf. So, nochmal schnell hier einmal so. Und schon ist das ein bisschen besser sortiert. Ach, da kommt auch noch ein dritter Ball rein. Hier kommen schon zwei von unten an. Okay, haben wir gesehen. Upgrade ist klar. Da haben wir jetzt hier diese Teile, die wir bauen müssen. Machen wir alles in der nächsten Folge. Naja, in der nächsten nicht, aber in irgendeiner der nächsten. Und da müssen wir weiterschauen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Ohren macht, eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wer ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.